Das Wochenende steht vor der Tür und dieses Wochenende haben wir Kegeln, Handball, Tischtennis und Biathlon für euch im Angebot. Wir starten am Samstag mit Kegeln. Unser KSV Reol empfängt die Gäste aus Landsweiler. Ab 16 Uhr geht es in der Brunnschenke in Reol los. Weiter geht es am Samstag mit Handball. Die Oberliga der Damen ruft uns. Unser Verein TV Bassenheim spielt gegen die Mannschaft aus Waldsee. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der Kamelenberghalle in Koblenz-Bassenheim. Und am Sonntag geht es mit Tischtennis weiter. Ab 15 Uhr könnt ihr dort die Partie zwischen unserem Verein TTC Zugbrücke Grenzau und den Gästen aus Ochsenhausen sehen. Das Ganze findet in der Zugbrückenhalle in Grenzau statt. Und zum Schluss noch unser Aktiv-Tipp. Dieser findet auf dem Weihnachtsmarkt in Main statt. Denn dort gastiert die Biathlon Deutschland Tour. Ab 11 Uhr könnt ihr dort Biathlon ausprobieren. Also schaut vorbei und bleibt sportlich. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Sporttipps vom Sportbund Rheinland. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Sporttipps vom Sportbund Rheinland gibt. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Sporttipps vom Sportbund Rheinland gibt. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Sporttipps vom Sportbund Rheinland gibt. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Sporttipps vom Sportbund Rheinland gibt. Vielen Dank.